Und es geht wieder los. Wir gehen auf eine Reise. Wir besuchen Nico, Sascha und SympathischTV und Tim Gabel in Stuttgart. Ich habe mein Parfum mit dabei. Ich frage sie natürlich, was sie von Orange Flamingo halten und vieles, vieles mehr. Schärfe Wettessen mit Ron. Bleibt dran und bis gleich. Bevor wir jetzt losgehen, nur noch eine Sache. Ich habe gesehen, dass über 80% aller Zuschauer keine Abonnenten sind. Falls ihr diesen Content mögt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir legen jetzt los mit der Reise nach Stuttgart. Orange Flamingo, was sagst du? Also zu deinem altes Parfum feiere ich. Uh, das will die Schwöre. Das ist das, was Davidov damals hätte sein können. Nein, das Parfum muss man sagen. Das erschließt sich mehreren Leuten. Aber du wirst sehen, das verändert sich krass. Das ist krass, die Schwöre. Wollt ihr den Podcast? Ja. Du warst mein allererster Gast. Weißt du das eigentlich? Ich weiß. Ohne dich würdest du dieses Formatbeschreibung gar nicht machen? Doch, ich glaube schon. Nein. Also ich glaube, so viel habe ich nicht dazu beigetragen. Oh, doch. Meinst du? Wenn ihr es sehen wollt, schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Ich denke mal, bis dahin wird es schon online sein, oder? Oh, drei Wochen. Da müsst ihr noch warten. Liebe Leute, ich habe die große Ehre, mal wieder ein Präsent von Marc zu öffnen. Danke, Marc. Ja, gerne. Ja, gerne. Mein neuer Duft ist draußen. Daumen. Ach, dein neuer Duft ist draußen. Ja. Hallo? Ja. Okay, jetzt sag mal her. Welcher ist es? Ah. Ah. Ey, ich werde ihn jetzt direkt live auf Camp testen, wenn ihr auch ein livees Feedback geben. Sag mal her denn, Lack. Hier mit neuer Verpackung auch, andere Farbe. Was kostet? Äh, 190 Euro. Wenn ihr das so Packaging-mäßig schon noch im Einsatz legen könnt. Ja, ne, alle sind gleich. Weißt du, die sollen alle nebeneinander stehen. Ja, Tiger, Orange, Flamingo, alle nebeneinander. 40% um Ölanteil. Um Gottes Willen, riecht das beschissen. Das tut nichts. Stimmt, es riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Es riecht sehr, sehr frisch. Ja. Frisch-Pfirsich-mäßig so, ne? Orange, Flamingo. Das steht Orange. Orange, Flamingo. Nach Orange. Ach, nach Orange. Ja, Orange. Mein ich doch. Mein ich doch. Orange, ja. Jetzt, wo du sagst, riecht es auch aus. Und auch nach Flamingo. Nee, schlecht. Ganz gut getroffen. Nee, es riecht wirklich... Es gibt so eine Blüte in Griechenland. Wenn man daran riecht, wie so eine Blume, die riecht ungefähr so... Es sollte so frisch gewaschene Wäsche sein mit einem Hauch Orange. Das sollte so die Basis sein. Das ist es überhaupt nicht. Ja, okay. Nee, Spaß, Marc. Danke. Ich grüße dein Herz für den Duft. Mittlerweile ist es schon etwas später. Aber wir machen noch einen Zwischenstopp bei Sascha. Wir sagen mal kurz Hallo. Mal sehen, was da so abgeht. Einfach live, oder was? Leute, was klappt, ne? Ach, scheiße. Das Ding ist ja... Ja, Teammates. Oh, damn. Und ich bin nachher noch am Start sogar. Bei Teammates? Ja. Hat er mich schon gespoidert. Shhh. Also Marc hat einfach ein Geschenk mitgebracht. Ja. Marc hat einfach ein zweites eigenes Parfüm. Marc Gebauer, das heißt Orange Flamingo. Da ist ein Flamingo drauf und eine Orange. 40% Öl. Ja, super. Natürlich eine Woche jetzt danach. Voll Orange. Voll Orange. Also full. So, das war's auch für den heutigen Tag. Es ist jetzt knapp 3 Uhr und um 10 Uhr muss ich bei Sascha sein. Von daher, ich versuche jetzt ein paar Stunden zu schlafen. Dann ist morgen noch das Schärfewettessen. Und danach geht's wieder zurück nach Düsseldorf. Denn morgen ist auch Montag. Ich muss auch noch ein bisschen normale Arbeiten. Huren ankaufen und so. Was soll man machen? Jetzt erstmal ab ins Hotel, noch ohne schlafen. Und da sind wir wieder am nächsten Tag. Ja, eine kurze Nacht war es. Aber das macht natürlich nichts. Heute gibt's das Schärfewettessen im Tron. Und ich bin mal gespannt, in welcher mentalen Verfassung er ist. Bei einer Sache können wir uns alle klar sein. Er wird untergehen. Und das mit großen Schmerzen, weil er einfach gar keine... Also er ist halt gar nicht scharf. Aber ja, ich freu mich drauf. Und Nico wird das Ganze moderieren. Wird mit Sicherheit lustig. Wir fahren jetzt erstmal zu Sascha. Den treff ich jetzt auch noch. Und dann gehen wir vielleicht ins Essen oder so. Mal in die Stadt. Was ist deine Meinung zum Schärfewettessen? Also ich weiß nicht, wie viele jetzt von deinen Zuschauern Ron kennen. Aber Ron nimmt sich schon immer sehr, sehr viel vor. Und hat auch, sag ich jetzt mal, ein loses Mundwerk. Vorsichtig gesagt. Von deiner Performance. Also nicht böse gemeint, aber da bleib ich gar nichts mehr. Ja, mich schockiert auch gar nichts mehr. Ich schau ehrlich gesagt vielleicht nur auf Ron schauen. Und ich glaube, Ron wird auf jeden Fall mies verkacken. Okay, ich freu mich drauf. Liebe Leute, herzlich willkommen. Begrüßen Sie mit mir unsere beiden Gäste. Mark Gebauer. Ja, schön, dass ich da bin. Ja. Und den Herausforderer, meine Damen und Herren. Ronald! Balletrie. Liebe Leute, jetzt ist es spannend. Zwei. Zwei. Oh mein Gott, egal. Wie geht's dir, Bruder? Es war gerade so. Es ist kaum zu glauben. Also sowas habe ich noch nicht gehabt. Es wäre cool, wenn nichts passieren würde. Also soll ich fahren? Ja, wieso nicht? Um Gottes Willen. Hey, wolltest du nicht fahren? Ja, ich habe schon Angst. Da sind wir hier bei Mark. Ich wurde hier gerade dazu gezwungen, dieses Fahrzeug zu bewegen. Mark hat mir eigentlich versprochen, mit seinem Fahrrad zu fahren. Anstattdessen musste ich jetzt das hier machen. Das ist halt natürlich für mich auch jetzt ein bisschen die blöde Situation. Also jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt schallert sie uns gleich noch ein ganz übeles Umwetter um die Ohren. Ja, Leute, ich befinde mich jetzt auf dem Rückweg. Ich habe noch eine etwas längere Reise vor mir. Morgen bin ich wieder in Düsseldorf. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.